Ja, Friede sei mit euch. Seid gegrüßt zu diesem Video. Ich hatte ja schon im letzten Video angekündigt, dass ich nochmal das Video über die Lüge des notwendigen Blutopfers von Jeschua zur Vergebung der Sünden nochmal neu machen möchte. Und das ist jetzt dieses Video. Und nachdem ich euch im letzten Video auch gezeigt habe, dass der Satan die Wahrheit immer komplett auf den Kopf stellt und die Lüge zur Wahrheit macht und die Wahrheit zur Lüge macht, möchte ich euch nochmal eben zeigen, dass dasselbe bei der Bibel passiert ist. Mit der Botschaft, die Jeschua den Menschen gegeben und gebracht hat, damit sie wieder zum himmlischen Vater zurückfinden können. Und der einzige Weg dorthin ist durch das heilige Gesetz der Liebe zu aller Schöpfung. Und da habe ich nochmal vier Punkte zusammengestellt, die sehr klar und deutlich zeigen, dass die Wahrheit absolut auf den Kopf gestellt wurde. Und auch in der Bibel alleine findet man dafür mehr als genug Hinweise und auch Beweise. Wenn man dafür noch tatsächlich irgendwelche Beweise in Schriftformen braucht, benötigt, wenn man nicht in der Lage ist, auf sein eigenes Herz zu hören, auf seine eigene innere Stimme und auf die eigene Beziehung und Kommunikation mit dem himmlischen Vater. Der einen diese Dinge auch im Herzen und im Geist dann letztendlich offenbart und das sollte auch über allem stehen, über jeglicher toter Schrift. Aber das nochmal eben vorweg. Der erste Punkt ist hier, betrifft das heilige Gesetz, die Lüge über das heilige Gesetz, wie das heilige Gesetz völlig auf den Kopf gestellt wurde. Dann die Lüge über die Blutopfer, die Lüge über das Morden und Kriegen im Namen in Anführungsstrichen Gottes und auch die Vergebung letztendlich. Wie kann der Mensch Vergebung erlangen oder erfahren? So, da fangen wir jetzt mal mit dem heiligen Gesetz an. Die Wahrheit ist natürlich, das heilige Gesetz ist das Brot des Lebens und der einzige Weg zum ewigen Leben, für den Jeschua kam, ihn uns zurückzugeben, da die Pharisäer und Schriftgelehrten den Menschen und sich selbst den Weg dahin versperrten. Nämlich dadurch, dass sie nutzlose Menschen und Teufelsgebote als die Gebote Gottes den Menschen verkauften. Und auch von dem Jeschua sagte, nämlich dem Gesetz, von dem er sagte, er sei nicht gekommen, ausdrücklich sagt er, er sei nicht gekommen, um es abzuschaffen. Sondern eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur ein Strichlein des Gesetzes vergehen wird. Diese Worte hat er ja selbst gesprochen und die machen mehr als deutlich, dass er das Gesetz ganz bestimmt nicht abgeschafft hat. So wie die Lügen und Irrlehren des Paulus den Menschen es dort einreden wollen. Die Lüge besteht nämlich darin, dass das Gesetz niemand erfüllen kann, angeblich. Das Gesetz ist ein Fluch, von dem Jeschua kam, um uns von diesem Fluch zu erlösen. Und er hat es damit halt auch abgeschafft. Das ist die Lüge und die Lehre des heutigen Christentums. Da muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine Vorstellung ist, dass ein allliebender, allbarmherziger Gott seiner Schöpfung ein Gesetz gibt, was niemand imstande war, von dem er wusste, dass auch niemand imstande sein wird, dies zu erfüllen. Und somit halt alle Menschen, bis zu dem einen Blutopfer angeblich, was allein zur Erlösung notwendig ist, dann dazu geführt hat, dass alle Menschen, die vor Jeschua gelebt haben, unweigerlich zur ewigen Hölle verdammt wurden. Und auch allein wie krank und pervers diese Vorstellung ist, dass Gott den Menschen ein solches Gesetz geben würde. Aber auch hier haben wir wieder natürlich den Grund, Hauptgrund, über das mangelnde Verständnis der Menschen darin liegend, dass das wahre heilige Gesetz vor den Menschen verborgen wurde. Und ja, wenn heute im biblischen Sinne von dem Gesetz die Rede ist, dann ist natürlich von dem Gesetz Mose die Rede. Und auch dort muss man sich ja mal fragen, selbst nach diesem falschen Verständnis muss man sich ja mal fragen, inwiefern hat denn Jeschua das Gesetz Mose erfüllt? Er hat sich mehrfach gegen diese Bestimmungen gewehrt und diese sogar verschmäht sozusagen, nicht ausgeführt. Zum Beispiel, als ihm diese Ehebrecherin vorgeführt wurde, die von dem die Menschen dann, oder die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihn dann geprüft haben, sozusagen verführen wollten, dass die gesagt haben, diese Frau müsste jetzt gesteinigt werden. Das hat Jeschua dort getan. Er hat diese Menschen ihre eigenen Sünden überführt, indem er dort Dinge in den Sand geschrieben hat. Und schon sind dort die Ankläger verstummt. Und Jeschua sagte dann, da jetzt kein anderer mehr da ist, alle sind gegangen, und um dich anzuklagen, auch ich werde dich nicht anklagen oder verurteilen. Deswegen nur sündige fortan nicht mehr, sagte er da. Er hat auch sich dagegen gewehrt, beziehungsweise er hat es nicht erfüllt, zum Beispiel Gotteslästerer zu steinigen, wie es in dem Gesetz Mose geschrieben steht, dass meine, deine Hand sozusagen die erste sein soll, die den ersten Stein wirft auf solche Menschen. Er hat das Priestertum dort abgeschafft, von dem ja in den Büchern Mose geschrieben steht, dass dies ewige Satzungen sein sollen, diese widerlichen und perversen Tieropfer, die Gott niemals gegeben hat, wie er es sogar selbst in der Bibel sagt, durch seine Propheten Jesaja und Jeremia und auch durch einige andere. Und ja, das ist schon mal die erste Lüge über das heilige Gesetz, das völlig auf den Kopf gestellt wurde. Die Erlösung liegt nicht etwa darin, laut der heutigen Lehre, so wie Jeschua es gelehrt hat, dass das Brot des Lebens ein heiliges Gesetz ist, und wer davon isst, der wird ewig leben, sondern das Brot in dem Sinne, das zum ewigen Leben führt, laut der heutigen Lehre, besteht in dem Blutopfer. Auch die heilige Eucharistie wurde ja absolut entartet und pervertiert durch die katholische Kirche, indem man sich dort nun vorstellt, wenn man eine Oblate isst, dann isse man vom Leib Christi und wenn man den Wein trinkt, trinke man von seinem Blut, also quasi ein kannibalistisches Ritual, was dort eigentlich praktiziert wird. Und genau das Gegenteil davon ist, worin diese Eucharistie eigentlich bestand. Dass man nämlich von dem isst, was die Mutter Erde hergibt, isst und trinkt davon. Und das natürlich auch ein Sinnbild dafür ist, dass unser fleischlicher Geist in einen spirituellen Geist umgewandelt werden muss, sprich die Wiedergeburt des Geistes, von der Jeschua auch sagte, dass niemand das Himmelreich sehen wird, der nicht durch den Geist, durch Geist und Wasser wiedergeboren ist. Das Wasser ist das lebendige Wasser, ist das heilige Gesetz und der Geist ist natürlich der heilige Geist. Sprich halt der heilige Logos und der heilige Geist müssen beide in den Menschen, in jedem Menschen, der errettet werden möchte oder der sich selbst erretten möchte, wieder vereint werden. Und das wird ganz zum Schluss auch nochmal durch ein Zitat aus dem Philippus-Evangelium nochmal verdeutlicht. So, dann kommen wir durch zu Punkt 2, die Blutopfer. Die Wahrheit ist, Sündenvergebung gibt es alleine durch aufrichtige Buße, Umkehr und Besserung. Sprich, indem man fortan nicht mehr sündigt, diese Dinge bereut, erstmal diese Dinge erkennt, dass sie falsch waren, dass sie in Anführungsstrichen Sünde sind, dann darüber aufrichtige Reue empfindet und es fortan nicht mehr tut. Und dies besteht vor allem in allererster Linie erstmal in den Sünden der Blutschuld. Und Jeschua sagte auch, ja, einmal in dem Essene Humane Gospel of Christ, dann aber auch im Evangelium des vollkommenen Lebens, wie auch im Essener Friedensevangelium, heißt es, kein Blutopfer von Mensch oder Tier kann Schuld hinwegnehmen, im Gegenteil, die Schuld wird dadurch nur noch größer. Da habe ich gleich nochmal später ein paar Zitate zu. Blutopfer wurden nie von Gott erlaubt oder gefordert und sind ein Gräuel für ihn, muss es hier heißen, sind ein Gräuel für ihn. Auch das finden wir mehrfach in der Bibel selbst. Und wir sehen dort auch, dass Gott sogar durch seine Propheten sagt, dass er selbst immer und immer wieder seine Propheten gesandt hat, um die Menschen von diesen Gräueln endlich zu erlösen beziehungsweise die Menschen dahin zu führen, darüber Buße zu tun und diese Dinge endlich sein zu lassen, die sein heiliges Gesetz mit Füßen treten und entheiligen und ja, wie gesagt, auch dazu geführt haben und immer noch führen, dass die Menschen sich dadurch selbst den Weg ins Himmelreich versperren. Denn der Weg zum Himmelreich geht einzig und allein über das Brot des Lebens, welches das heilige Gesetz ist und wenn man ja, seine Mitbrüder und Mitschwestern dort abschlachtet und isst allein aus niedrigsten Beweggründen, dann kann man dieses Gesetz der Liebe natürlich nicht erfüllen. Wenn man dort die eigenen geschmacklichen Gelüste über die Heiligkeit allen Lebens stellt und es sozusagen billigend in Kauf nimmt oder sogar selber dann auch dafür sorgt, dass diese Tiere sterben, nur für den eigenen, für den eigenen Gaumen genutzt, für die eigene Gaumenfreude sozusagen. So, und die Lüge wurde mal wieder völlig auf den Kopf, die Wahrheit wurde natürlich durch die Lüge wieder völlig auf den Kopf gestellt und zwar heißt es ja im heutigen pervertierten Christentum Sündenvergebung gibt es nur durch das Vergießen unschuldigen Blutes. Das hat ja schon damals seinen Beginn gehabt im Judaismus, im Pharisäertum. Dort wurde ja gelehrt, dass Sünden allein durch das Vergießen unschuldigen Blutes vergeben werden können. Das war jetzt die Zeit, betrifft die Zeit vor Christus, obwohl er selbst auch in der Bibel steht, dass diese Tieropfer keine Sünden hinwegnehmen konnten und in der Zeit nach Christus natürlich nur allein durch sein Blutopfer, durch sein Blut können Sünden vergeben werden angeblich. Brandopfer wurden angeblich von Gott gefordert und sind ein lieblicher Geruch für ihn, wie es dort mehrfach geschrieben steht. in den Büchern Mose, wo es an anderen Stellen aber heißt, euer Brand, euer Eucherwerk ist mir ein Gräuel und ich hasse eure Feste. Und ja, eins von beiden kann natürlich nur wahr sein. So, dann habe ich als dritten Punkt nochmal angeführt, hier Morden und Krieg. Die Wahrheit ist, dass der Satan, der Gott des Schwertes und des Blutvergießens ist und der wahre Gott hat uns geboten, wir sollen nicht töten, du sollst nicht töten. Ein universelles Gebot, heute wird das irgendwie, ja, tot diskutiert, tot theologisiert, dass damit natürlich gemeint sein müsse, dass man nicht morden darf, aber töten darf man schon, wenn es natürlich für den richtigen, aus dem richtigen Grund ist, für den richtigen Zweck ist, dann sind dort diese Mittel geheiligt, in dem Sinne, in Anführungsstrichen, ne, und, ähm, ja, es gibt auch keinen Tod in der Ordnung Gottes, wie wir in den Essener Evangelien lesen können, sondern dieser, der Tod, kam allein durch den Satan in die Welt und die Wahrheit ist auch Liebe, deinen Nächsten wie dich selbst, hat uns Jeschua gelehrt und wir sollen auch unsere Feinde lieben und wir sollen auch dem Bösen nicht widerstehen, das steht natürlich im absoluten krassen Gegensatz zu der Lüge, die wir dort in den, äh, in der Bibel finden und auch in der katholischen Kirche danach, wo es ja heißt, dass der Kriegsdienst mit dem Schwert ein, äh, ja, dazu führen würde, sozusagen dem Seelenheil und der Errettung, der Erlösung dort, äh, dazu beitragen würde, wenn man dort im Namen Gottes Menschen abschlachtet. Ja, die Lüge in der Bibel ist dann, dass Gott angeblich seinem Volk, das er ja zur Heiligkeit berufen hat, befohlen hat, ganze Völker durch das Schwert abzuschlachten, zahllose Tiere allein für den lieblichen Geruch, äh, wie es dort heißt, wie gesagt, zu schlachten und zu verbrennen. Und, äh, Mörder sind, äh, Gottlose, die des Gerichts schuldig sind. Solange man aber für Gott, in Anführungsstrichen, was natürlich ein Paradoxon ist und gar nicht möglich ist, tötet, ist es dann auf einmal etwas Heiliges. Ist auch das, was wir in den, in der Bibel finden, dass alle Völker, ja, ganz, ganz gottlose Menschen waren, die verdient haben, dass man sie abschlachtet, ne, mit Mann und Maus, mit Kindern, Frauen und sogar mit dem Vieh, ne, weil sie ja, äh, ja, solche schrecklichen Blutopfer dargebracht haben, sie den falschen Göttern geopfert haben und auch, äh, andere Völker oder Menschen halt getötet haben. Nur die Israeliten, die das Ganze dann für den angeblich, äh, in Anführungsstrichen wahren Gott getan haben, die waren dann auf einmal ganz besonders heilige Menschen und das Volk Gottes, ne, und Völker, wie gesagt, die auch Blutopfer fremden Göttern dargebracht haben, sind Gottlose, die größten Sünder, ne, solange man aber diese Blutopfer dem wahren Gott darbringt, dann ist das plötzlich etwas Heiliges. Äh, ja, ich denke, jeder, der ein bisschen selbstständig und kritisch denken kann, der sollte erkennen, wie schwachsinnig und lächerlich diese Vorstellungen sind und diese Argumente auch sind. Das ist ja auch die Erklärung, auch in der offiziellen Bibel-Exegese, ist es da die Erklärung für solche eindeutig, äh, entlarvenden Stellen, wie zum Beispiel in Jesaja 66, wo es heißt, wer einen, äh, Stier schlachtet, gleich dem, der einen Menschen erschlägt, und solche, äh, entlarvenden Verse, ne, die, ja, solche Brand- und Schlachtopfer als, äh, Werke der Finsternes, Werke des Bösen dort entlarven. Dort heißt es ja in der offiziellen Bibel-Exegese sogar, ne, dass es daran lag, dass diese Tieropfer halt nicht dem wahren Gott geopfert wurden, in Anführungsstrichen, sondern halt fremden Göttern. Dabei ist das, äh, Gebot universell, du sollst nicht töten. Punkt. Hier ist nicht die Rede davon, dass man, äh, ne, aus dem und dem Grund töten kann, oder für den und den Gott, ne, nein, du sollst einfach nicht töten. Egal ob Mensch oder Tier, du sollst kein Blut vergießen. So, und dann geht es hier nochmal auch um die Vergießung, Vergebung zum Schluss nochmal als vierten Punkt. Die Wahrheit ist, Vergebung gibt es nur durch aufrichtige Reue, Buße und Umkehr, denn man kann nicht zwei Herren dienen. Das heißt, dieses Prinzip sozusagen verlangt ist, dass man aufhört zu sündigen und von diesen Dingen umkehrt. Denn, wie gesagt, man kann nicht dem wahren Gott dienen und dem Satan gleichzeitig. Und wenn man willentlich dort dem Satan dient und dem Blutvergießen, dem Morden, dem Schwert, dann wird man auch vom Satan als rechtmäßiger, als sein rechtmäßiger Samen eingefordert werden. Dann wird der Satan diese Seelen einfordern zur Zerstörung dieser Seelen. Denn diese Menschen haben sich dort willentlich und wissentlich für die unheiligen Gesetze des Satans entschieden und sollen dann dementsprechend auch nach ihnen gerichtet werden, so wie Jeschua es sagt. So, Gottes Liebe und Barmherzigkeit können nicht in menschlichen Worten und Werten gemessen werden. Wer anderen vergibt, sagt Jeschua auch, so heißt es auch im Gebet dem wird auch vergeben werden, im Vaterunser heißt es doch auch, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieses Prinzip gilt auch für viele andere Sachen, wie zum Beispiel auch die Barmherzigkeit. Wer Barmherzigkeit erfahren möchte, muss selbst Barmherzigkeit üben und so ist es halt, dass dieses universelle Naturgesetz sozusagen hier auf Erden in dieser materiellen Welt ist, dass man das bekommt, was man gibt, im Guten wie im Schlechten. Und das Einzige, was das Böse uns hier antun kann, ist uns unseren Körper hier zu nehmen, unseren Körper zu zerstören. Aber unsere Seele können sie uns nicht nehmen, kann das Böse uns nicht nehmen, der Satan, wenn wir immer im Heiligen Gesetz bleiben und immer bestrebt sind, dies im Geist von Barmherzigkeit und Liebe zu erfüllen. So, wer seine Sünden vor Gott gesteht, diese aufrichtig bereut und immer bestrebt ist, in Zukunft nicht mehr zu sündigen und das Heilige Gesetz im Geist der Liebe und Barmherzigkeit zu erfüllen, bei dem ist Gott treu im Vergeben. Wo Angst vor Bestrafung ist, ist nicht die Liebe Gottes, der Satan ist der Ankläger und derjenige, der Seelen zu ihrer Zerstörung einfordert nicht Gott. Ja, die Lüge ist natürlich wieder die komplette Umkehr, Vergebung gibt es nur durch Vergießen unschuldigen Blutes und das führt nicht zur Vergebung, sondern dazu, dass die Schuld nur noch größer wird, denn es heißt auch, ja, so wie Paulus es dort predigt, wer nur einmal das Gesetz übertreten hat, für den kann es keine Vergebung mehr geben, außer allein durch das Blutopfer Jeschuas und selbst nach der katholischen Kirche, ja, selbst wenn es jemand hypothetisch schaffen würde, niemals zu sündigen, niemals das Gesetz zu übertreten, selbst dann wäre seine Seele unter diesem, ja, unter der Erbsünde von Adam und wäre von vornherein zur Zerstörung verdammt. Deswegen wird ja in der katholischen Kirche auch gelehrt, nach der katholischen Lehre ja gelehrt, dass auch Maria, die Mutter Gottes, beziehungsweise die Mutter Jeschuas, nicht unter diesem Fluch stand oder er bei seiner Geburt dort nicht unter diesem Fluch stand der Erbsünde von Adam. Bei ihm war das einzige, ja, er war das einzige Menschenkind sozusagen, was jemals geboren wurde auf der Erde, was nicht unter dieser Erbsünde zur Verdammung der Seele von vornherein pauschal sozusagen unter diesem Fluch stand. So, Gott bestraft und richtet die Gottlosen ist hier die Lüge, nicht der Satan, er bestraft sogar selbst die Seinen, wenn sie seine Gebote übertreten und zerstört ihre Seelen im Höllenfeuer. Wieder mal die komplette Umkehr. Und so sieht man, dass in der Bibel letztendlich der Satan als Gott gepredigt wird, ein falsches Evangelium gepredigt wird, was niemanden retten kann und letztendlich dort der Satan noch angebetet wird und einem der Satan als Gott verkauft wird und auch die unheiligen Gesetze als die Gesetze und Gebote Gottes verkauft werden. So und jetzt habe ich euch hier nochmal eben die Lüge des notwürdigen Blutopfers Jesu zur Vergebung der Sünden möchte ich euch jetzt nochmal eben hier darlegen und ja da sollten eigentlich jegliche Zweifel dort beseitigt sein und zwar allein auch durch die Aussagen von Jeschua auch allein schon in der Bibel muss einem jeden klar werden dass dieses eine Lüge sein muss dass man nur durch sein Blutopfer errettet werden kann und da will ich jetzt auch nicht viel und große Reden schwingen sondern einfach dort die Worte von Jeschua für sich selbst sprechen lassen und auch eben aufzeigen bei einem jeden Zitat was dann auch daraus zu Schlussfolgernd ist und ihr solltet euch erstmal eben auch fragen jeder sollte sich mal fragen wem möchte er folgen wem möchte er folgen möchte er dem wahren christus folgen der heiligen reinen und rettenden lehre möchte er von dem brot des lebens essen von dem man wenn man davon ist das ewige leben hat oder möchte man irgendwelchen nutzlosen und gotteslästerlichen lügen dogmen irlehren geboten und gesetzen der kirche nämlich von menschen und teufeln folgen denn das ist die Wahl die ihr auch habt allein schon in der bibel wenn ihr die worte von jeschua und die worte von paulus dort gegenüberstellt teilweise auch von jakobus und paulus gegenüberstellt denn man kann nicht gleichzeitig an beides glauben diese dinge stehen in einem völligen gegensatz zueinander ein gegensatz wie tag und nacht himmel und hölle im wahrsten sinne des wortes und das möchte ich jetzt nochmal eben durch diese zitate euch hier aufzeigen und als allererstes wo wir gerade von nutzlosen und gotteslästerlichen lügen dogmen und ohrlehrern der kirche hier reden möchte ich hier nochmal aus dem densinger hier einer bis heute gültigen schrift der katholischen kirche nochmal eben zeigen da geht es ja auch um diese bannflüche also hier heißt es verworfen und geächtet werden unter anderem folgende sätze nämlich lehrsätze die die kirche als geoffenbart anführt sind keine vom himmel gefallenen wahrheiten sondern sind eine auslegung religiöser tatbestände die sich der menschliche geist in mühevollem unterfangen zusammengestellt hat also wer so etwas behauptet dass die lehrsätze der kirche keine vom himmel gefallenen wahrheiten sind sondern halt aus menschen geist sonnen und ausgedacht sind der sei wieder mal verflucht anathema sitt der sei aus diesem leben ausgeschlossen und auch aus dem kommenden leben und auch wer sagt die lehre vom sühnetod christi sei keine lehre der evangelien sondern sei nur eine paulinische lehre sprich eine lehre von paulus auch auch der sei verflucht und da muss man sich auch mal schon die frage stellen wieso man extra einen solchen bannfluch hier dort ja veröffentlichen muss oder die menschen den menschen damit drohen muss wenn es nicht offensichtlich ist dass sich die worte jeshuas und die worte von paulus völlig konträr gegenüberstehen und völlig eine andere sprache sprechen eine andere lehre vermitteln und ein anderes evangelium predigen so als erstes ersten punkt habe ich hier jetzt erstmal aussagen von jeshuas in der bibel die beweisen dass er das gegenteil von der angeblichen einzigen möglichkeit zur erlösung durch seinen sühnetod oder seinen blutopfer gelehrt hat und dass dies eine rein paulinische lehre ist also sprich nichts anderes als allein von paulus gelehrt und gepredigt und im völligen gegensatz zu dem was jeshuas gesagt gelehrt und gepredigt hat da habe ich erstmal ein start aus matthäus 9 vers 12 bis 13 dort sagt jeshuas hier nicht die starken brauchen einen arzt sondern die kranken geht aber hin und lernt was das ist ich will barmherzigkeit und nicht schlachtopfer denn ich bin nicht gekommen um gerechte zu rufen sondern sünder so aus diesem sehr kurzen äh zitat kann man schon eine menge schlussfolgern erstens sagt er hier er sei nicht gekommen um gerechte zu rufen sondern sünder das impliziert dass es gerechte gibt die keine ja buße brauchen sozusagen sondern die sünder die müssen umkehren und buße tun und das steht auch hier wieder mal im unmittelbaren zusammenhang mit den schlachtopfern er sagt hier geht hin lernt was das ist ich will barmherzigkeit und nicht schlachtopfer und im folgenden Satz sagt er er ist nicht gekommen gerechte zu rufen sondern sünder sprich die die schlachtopfer darbringen sich daran beteiligen sind die sünder das wie gesagt das eine was man da ausschließen kann und das andere ist halt wie gesagt dass es halt nicht nur ungerechte menschen gibt sondern gerechte menschen nämlich durch das die durch das gerecht sind was sie tun oder beziehungsweise auch was sie nicht tun nämlich sich nicht an blutvergießen zu beteiligen das sind nämlich erstmal die geringsten offenbarungen hier in dieser materiellen Welt dass man erstmal lernt mit dem was man sehen und anfassen kann Frieden zu haben und es mit Liebe und Respekt zu behandeln denn das sind die beiden höchsten Gebote die Geschuhe auch selbst gesagt hat Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst und ja diese beiden Gebote sind auch gleich sozusagen denn das eine Gebot bedingt das andere wer seinen Bruder nicht liebt den er sieht der kann auch nicht von sich behaupten dass er Gott liebt den er nicht sieht und das sind die geringsten Offenbarungen so jetzt habe ich hier noch ein Zitat von aus Matthäus 17 Vers 15 bis 23 hier sagt Jeschua Hütet euch vor den falschen Propheten die in Schafskleidern zu euch kommen inwendig aber sind sie reißende Wölfe an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen liest man etwa von Dornentrauben oder von Dieseln Feigen so bringt jeder gute Baum gute Früchte aber der faule Baum bringt schlechte Früchte ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen jeder Baum der nicht gute Früchte bringt wird abgehauen und ins Feuer geworfen deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen nicht jeder der zu mir sagt Herr Herr wird in das Himmelreich oder ins Reich der Himmel kommen sondern wer den Willen meines Vaters tut der in den Himmeln ist viele werden an jenem Tage zu mir sagen Herr Herr haben wir nicht durch deinen Namen Geweiß sagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan und dann werde ich ihnen bekennen ich habe euch niemals gekannt weicht von mir ihr Übeltäter ihr die ihr nur Gesetzlosigkeit wirkt auch hier sehen wir dass es durchaus Bäume gibt sprich Menschen gibt die gute Früchte bringen sprich gute Taten und nur diese Bäume sprich Menschen die gute Taten bringen werden nicht ins Feuer geworfen noch nicht abgehauen auch das impliziert wieder ganz eindeutig dass ja dass es von den Taten alleine abhängt ob jemand zum himmlischen Vater gehört und den Willen des himmlischen Vaters tut oder nicht auch die Parallelstelle dazu in dem Messian Human Gospel macht wieder eindeutig klar dass auch dies im Zusammenhang in allererster Linie mit den Blutopfern steht und stand und auch immer noch steht dass ja wie gesagt ja halt die geringsten Offenbarungen sind und ja wer sich daran beteiligt der ist nach dieser Interpretation von Jeschua ein schlechter Baum und wird ins Feuer geworfen denn wenn er keine guten Früchte bringt wozu ist dieser Baum dann Nütze nämlich zu gar nichts und so es auch bei Menschen wenn wir keine guten Werke vorweisen können durch die wir unseren Glauben unter Beweis stellen sozusagen oder manifestieren dann ja wozu ist dann unser Glaube Nütze zu gar nichts es ist ein toter Glaube wie auch wie wir gleich noch lesen werden Jakobus der Bruder des Herrn sagt ja und wie auch hier wer den Willen des Vaters tut der wird in das Himmelreich kommen und nicht wer irgendwas glaubt an einen Blutopfer glaubt dass ihn er retten kann durch dass er dann einen sogenannten Freibrief hat durch dieses Lippenbekenntnis an dieses Blutopfer zu glauben und denkt jetzt er wäre dadurch gerettet und könne machen was er wolle zu solchen Menschen wird Jeschua sagen ich habe euch niemals gekannt weicht von mir ihr Übeltäter ich meine ja eindringlicher und warnender können die Worte von Jeschua wirklich nicht mehr sein und ein jeder der wirklich Jeschua aufrichtig dienen möchte der muss sich diese Fragen ja stellen was hat er damit gemeint und nur über das Wissen über das heilige Gesetz der Liebe zur Schöpfung wird man zu dieser Erkenntnis kommen was er damit gemeint hat und was er zu den Menschen sagt wenn er sagt weicht von mir ihr die ihr nur Gesetzlosigkeit wirkt denn wenn man sich an solchen Taten der Blutschuld aus niedrigsten Beweggründen beteiligt dann dient man oder wirkt man nichts als Gesetzlosigkeit so und auch hier sagt Jeschua in Matthäus 5 meint nicht dass ich gekommen sei das Gesetz oder die Propheten aufzulösen denn wahrlich ich sage euch bis der Himmel und die Erde vergehen soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen bis alles geschehen ist wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt wird der geringste heißen im Reich der Himmel wer sie aber tut und lehrt dieser wird groß heißen im Reich der Himmel denn ich sage euch wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen auch hier wieder ein dringlicher und warnende Worte von Jeschua und nicht etwa solch beruhigende Worte wie etwa wenn ihr an meinen Blutopfer glaubt was ich euch darbringen werde dann werdet ihr auf jeden Fall gerettet sein und braucht euch keine Sorgen über irgendwas zu machen solche Worte hat er nie auch nur annähernd im geringsten gesagt sondern im Gegenteil ganz im Gegenteil er immer auf eindringlichste oder ja eindringlichste und warnendste Art und Weise vor der Sünde gewarnt und vor allen Dingen auch vor Sünden der Blutschuld gewarnt ja auch hier wieder mal die wichtigen Punkte dass das Gesetz nicht vergehen wird dass eher Himmel und Erde vergehen wird als auch nur ein Strichlein davon auch hier wieder die Erkenntnis darüber welches Gesetz er meint von welchem Gesetz er spricht ist hier Schlüssel zu allem Verständnis und auch Schlüssel zu allem ja zu der ganzen Botschaft zu dem ganzen Wirken auf Erden von Jeschua ist dieses heilige Gesetz der Schlüssel und wenn man dies nicht erkennt oder annimmt sondern verwirft dann wird einem diese Erkenntnis ewig verwehrt bleiben und dann würde einem auch ja die Bedeutung des wahren Evangeliums verwehrt bleiben und somit halt auch das ewige Leben denn man hat den verworfen den der Vater gesandt hat und auch sein heiliges Gesetz dass der einzige Schlüssel zum Himmelreich ist ja und auch hier erwartet er noch mal wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen was meint er damit er sagt zum Beispiel auch in dem Messinium im Gospel dass die Pharisäer und Schriftgelehrten für all das Fleischfressen in Israel verantwortlich waren und das die ihren Lehren von denen er immer wieder gewarnt hat folgen dass sie sich selbst und den anderen damit den Weg ins Himmelreich versperren ja und wenn eure Gerechtigkeit diese der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht weit übertrifft sprich wenn ihr euch nicht wenigstens erstmal von diesem Blut und Brand und Schlacht vom Fleisch essen fern haltet werdet ihr nicht in das Reich der Himmel hineinkommen so auch hier Lukas 13 Vers 2 bis 5 sagt die meint ihr dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer weil sie das erlitten haben ich sage euch nein sondern wenn ihr nicht Buße tut werdet ihr alle ebenso umkommen oder meint ihr dass die 18 auf die der Turm von Siloah fiel und erschlug sie schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen die in Jerusalem wohnen ich sage euch nein sondern wenn ihr nicht Buße tut werdet ihr alle ebenso umkommen ja auch das ist die universelle Botschaft die die Propheten den Menschen immer gebracht haben tut Buße und kehrt um und zwar wie gesagt in allererster Linie vom Blutvergießen unschuldigen Blutes natürlich geht es auch noch darüber hinaus die Sünde geht auch über solche Dinge hinaus aber wie gesagt das sind erstmal die gröbsten und die gröbsten Dinge und die kleinsten Offenbarungen und ja auch hier sehen wir Jeshua hat nicht etwa gesagt alles ist easy glaubt an meinen Blutopfer und alles wird gut so nach dem Motto nein sondern wenn ihr nicht Buße tut werdet ihr alle ebenso umkommen was so wieder beweist dass es keine Vergebung der Sünden geben kann es sei denn durch Reue Buße und Besserung sprich Umkehr so und auch jetzt hier wieder dieser Vers der ja durch die katholische Kirche pervertiert wurde wie nichts anderes wo Jeshua hier sagt wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt so habt ihr kein Leben in euch selbst wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank Wer wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt bleibt in mir und ich in ihm dies ist das Brot das aus dem Himmel herabgekommen ist nicht wie die Väter aßen und starben wer dieses Brot isst wird leben in Ewigkeit Ja und die wie soll man das sagen ja die Kleingeistigkeit und Verlogenheit der Kirche die diese Worte nur nach dem Buchstaben her auslegt und jetzt meint man müsste die heilige Eucharistie so als ein kannibalistisches Ritual abhalten indem man denkt man würde jetzt durch diese Oblate vom Körper Christi essen und von seinem Blut trinken durch den Becher Wein ja dass das nichts anderes als eine Perversion dessen ist das sehen wir gleich in den folgenden Versen und ja dass er damit sein heiliges Gesetz gemeint hat das Brot des Lebens gibt es irgendein Brot von dem man isst ein sprichwörtliches Brot von dem man isst von dem man ewiges Leben haben wird ganz gewiss nicht allein das zeigt dass er von im übertragenen Sinne wieder mal gesprochen hat und ein Gleichnis gesprochen hat und dass er damit nichts anderes gemeint hat als seine Speise das heilige Gesetz das ist die flüssige Nahrung erstmal die kleinsten offenbarungen so und was damit wirklich gemeint ist das sehen wir hier nochmal in dem Ersinium im Gospel dort wird nochmal wie vieles vieles andere auch von Jeschuas Aussagen auch nochmal klar was damit eigentlich wirklich gemeint war und zwar sagt er hier also es geht jetzt nochmal Punkt 2 hier Aussagen von Jeschua in den authentischen Evangelien über Blutopfer und auch über sein Opfer das er da gebracht hat und zwar sagt er hier im Gospel deshalb bin ich das wahre Brot und der lebendige Weinstock ja eure Väter haben in der Wüste Manna gegessen und sind gestorben dies ist aber die Schweise Gottes die vom Himmel herab kommt und wer davon ist soll nicht sterben denn ich bin die lebendige Speise die vom Himmel herab gekommen ist wer von dieser Speise ist wird für immer leben denn wisst dass das heilige Brot das ich euch geben werde mein Gesetz ist und der Weinstock den ich euch geben werde mein Leben ist und wieder murrten die Juden und fragten untereinander wie kann dieser Mann sich uns zur Speise geben gewiss spricht dieser Mann Torheiten zu erwachsenen Männern Jeschua antwortete ihnen abermals und sagte glaubt ihr etwa dass ich vom Fleisch essen rede wie ihr es unwissend im Tempel Gottes tut wahrlich ihr denkt böse Dinge denn siehe mein Körper ist die Substanz Gottes und dies ist die wahre Speise und mein Blut ist das Leben Gottes und das ist der wahre Trank ich sage euch denkt nicht gegessen bis es ihnen aus den Nasenlöchern wieder herauskam und ihre Kadaver zu tausenden in der Wüste fielen wegen der Pest denn von solchen steht geschrieben sie werden ein Jubiläum wandern 49 Jahre in der Wüste bis sie von ihren Begierden gereinigt sind bevor sie das Land der Ruhe betreten und sieben mal sieben Jahre werden sie umher wandern weil sie meine heiligen Wege nicht erkannt und meinen heiligen Gesetzen nicht gehorcht haben so sage ich euch diejenigen die dieses heilige Fleisch essen und dieses heilige Blut trinken wohnen in mir und ich in ihnen ja die Stelle hier von den Vätern die in der Wüste waren und dann nach Fleisch gelüstet haben das spielt natürlich auf 4. Mose Kapitel 11 an ja und wann sind wir in ihm und somit auch im Vater natürlich wenn wir sein heiliges Gesetz aufnehmen und den heiligen Geist in uns aufnehmen und dieses Gesetz dann im Geist der universellen göttlichen Liebe und Barmherzigkeit stets bestrebt sind zu erfüllen und ja weiter geht es hier wie durch den Vater Mutter des Lebens der mich gesandt hat lebe so werden die leben die von meiner Speise essen der ich das Gesetz und das Leben bin wir sind dann eins mit Jeschua und somit auch mit dem Vater wenn wir das tun was er sagt nämlich sein heiliges Gesetz wenn wir alle Geschöpfe auf Erden achten und respektieren und lieben dann sind wir mit ihm eins und auch mit dem Vater und nicht etwa wenn wir irgendeinen Blutopfer glauben und meinen wir sind jetzt dadurch gerettet und eins mit dem Christus da brauche ich denke ich mal nicht weiter drauf einzugehen hoffe ich doch mal weiter sagt er hier denn ich bin vom Himmel herab gekommen als das lebendige Gesetz im Fleisch und mein Blut verleiht allen die gehorchen ewiges Leben wer Ohren hat der höre und wer Augen hat der sehe denn ich bin es der heute vor euch steht der den Menschenkindern solche heiligen Dinge umsonst gibt aber einige von Jeschuas Jüngern verstanden die Bedeutung von Jeschuas Worten nicht und sagten dies sei ein schwieriges Sprichwort und wer kann es verstehen denn sie konnten nicht erkennen dass Jeschua das lebendige Brot war das Leben schenkt denn sie dachten an die Blutopfer die die Pharisäer im Tempel wegen ihrer Gesetzlosigkeit und Ignoranz darbrachten denn groß war die Zahl der unschuldigen Tiere die geschlachtet und Gott anstelle der reinen Opfergabe dargebracht wurden und groß war die Blutschuld und das Böse ihrer Wege denn Gott wünschte zu keiner Zeit Blut vergießen sondern nur gehorsam gegenüber seinen Gesetzen und das wahre Opfer nämlich gute Werke und ein reines Herz als Jeschua merkte dass einige seiner Jünger nicht an ihn glaubten als das lebendige Brot das vom Himmel herunter kam sagte er missfallen euch diese Worte wisst ihr nicht dass der Geist belebt und das Fleisch und Blut Wahrlich so lange wart ihr nun nutzlosen Lehren von Menschen und Teufeln unterworfen dass ihr die Lüge nicht von der Wahrheit unterscheiden könnt und der Wahrheit nicht glaubt wenn sie gesprochen wird denn wenn ihr nicht dem Menschensohn glaubt der vom Himmel gesandt wurde um viele große Dinge zu vollbringen wem wollt ihr dann glauben oder folgen ich sage euch heute es gibt einige unter denen die denn die Wahrheit ist nicht in ihnen denn sonst würdet ihr mich und meine Worte verstehen von diesem Tag an brachen viele seiner Jünger auf und gingen nicht mehr mit Jeschua denn die Wahrheit war nicht in ihnen Ja das lasse ich jetzt einfach mal so unkommentiert stehen wie gesagt hier bekommt ihr die Erklärung dafür warum in der Bibel einerseits gesagt wird dass Gott solche Dinge gefordert hat und andererseits er auch sagt dass ihm diese Dinge ein Geul sind und wenn sein Volk nicht aufhört diese Dinge zu tun sie dem Feind übergeben werden und dem Schwert übergeben werden denn da sie nichts als den unheiligen Gesetzen des Satans folgen sollen sie auch nach diesen unheiligen Gesetzen gerichtet werden denn sie haben alle Warnungen verworfen Gott hat immer wieder seine Propheten gesandt und irgendwann ja gibt es keine Ausreden mehr dann haben sich diese Menschen halt willentlich und wissentlich entschieden dem Herrn des Schwertes und des Blutvergießens und des Todes zu dienen und werden auch von ihm ihre Seelen dann werden auch von ihm dann als ja sein rechtmäßiger Samen zur Zerstörung der Seelen eingefordert werden und das auch zu Recht denn diese Menschen haben sich willentlich und wissentlich dafür entschieden der Mensch kann frei wählen auch das sagt die Schuhe gleich noch und das ist auch nichts als die Wahrheit der Mensch kann frei wählen weder Satan noch Gott können uns ihren Willen aufzwingen der Mensch entscheidet immer frei und hat am Ende kann er auf niemand anderes mit dem Finger zeigen als übergestellt wird und zwar lesen wir hier Meister und Herr aller Erkenntnis bitte erkläre uns dieses Wort von den Priestern des Tempels denn sie sagen dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünden gibt können also die Blutopfer des Gesetzes dass sie befolgen ihre Sünden hinwegnehmen und sie reinigen und Jeschua wusste dass das Gesetz des Mose durch die Schriftgelehrten von denen auch Jeremia und Jesaja sprachen verfälscht worden war und sagte zu seinen Jüngern diese Worte seht ihr diesen Tempel oder den Tempel das Haus Gottes und wisst ihr dass jeden Tag tausende von unschuldigen Tieren erschlagen und dargebracht werden und ihr Fleisch von den Menschen als ungesetzliche Nahrung verzehrt wird doch die Propheten schrien mit lauter Stimme auf dass kein Blutopfer von Tier oder Vogel oder Mann denn ich frage euch wie kann das Gewissen von der Sünde gereinigt werden dadurch dass unschuldiges Blut vergossen wird nein ich sage euch es wird das Urteil über sie nur noch schlimmer machen denn es ist eine Sünde gegen das heilige Gesetz das Gott Adam Henoch und Noah zuerst gegeben hat deswegen sage ich euch außer durch Reue und Umkehr kann es keinen Erlass von Sünden geben ja das ist mal eine Frage die man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte wie kann das Gewissen von der Sünde gereinigt werden dadurch dass unschuldiges Blut vergossen wird nein es wird das Urteil über sie nur noch schlimmer machen so und dann nochmal aus dem Evangelium des vollkommenen Lebens hier lesen wir Jesus lehrte seine Jünger im äußeren Hofe des Tempels und einer von ihnen sagte zu ihm Meister es wird gesagt von den Priestern ohne Vergießen von Blut gebe es keine Vergebung von Sünden können denn die gesetzlichen Blutopfer die Sünden hinweg nehmen und Jesus antwortete kein Blutopfer von Tier oder Vogel oder Mensch kann Sünden hinweg nehmen denn wie kann eine Schuld durch das Vergießen von unschuldigem Blut getilgt werden nein es wird die Schuld noch vergrößern die Priester empfangen sehr wohl solche Opfer zur Versöhnung von den Gläubigen für ihre Vergehen gegen das Gesetz des Moses aber für die Sünden gegen das Gesetz Gottes gibt es keine Vergebung es sei denn durch Reue und Besserung das nur noch mal um zu zeigen dass dieselbe Botschaft sowohl im Essenium im Gospel of Christ als auch im Evangelium des vollkommenen Lebens hier zu finden ist und das sollte auch jedem Menschen der ein bisschen auf seinen gesunden Menschen verstanden und auf sein Herz hört hier eindeutig klar werden und einleuchten dass sowas einfach nur krank und pervers ist dass eine Schuld dadurch hinweggenommen werden soll dass unschuldiges Blut vergossen wird sprich dass ein unschuldiges Leben genommen wird ein solcher Gott der so etwas braucht zur Vergebung von Sünden ist kein Gott im Gegenteil so jetzt kommen wir noch mal zu Punkt 3 Erlösung durch Glauben allein oder Werke die den Glauben bestätigen durch Glauben allein ist die Lüge und Irrlehre von Paulus oder durch Werke die den Glauben bestätigen das ist die Lehre von Jeschua selbst und auch in diesem Falle von Jakobus dem Bruder des Herrn und zwar sagt Paulus hier oder lesen wir von Paulus im Galater Brief Kapitel 2 Vers 16 doch weil wir wissen dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird sondern durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch Werke des Gesetzes denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht und dann im Römer Kapitel 4 13 bis 16 denn die Verheißung dass er der Erbe der Welt sein sollte ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens denn wenn jene die aus dem Gesetz leben erben sind dann ist der Glaube nichts und die Verheißung ist dahin denn das Gesetz richtet Zorn an wo aber das Gesetz nicht ist da ist auch keine Übertretung deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen nicht allein für die die aus dem Gesetz leben sondern auch für die die Abrahams Glauben leben ja auch hier ist wieder mal dieses völlige Unverständnis Ursache über ja diesen Irrglauben über dieses Missverständnis denn ja es wozu nur bei den Menschen wo die universelle Liebe Gottes nicht im Herz geschrieben ist nur dort bedarf es eines Gesetzes wo das aber im Herzen geschrieben ist wo die Erkenntnis und das Bewusstsein da ist dass man ein Teil der großen Familie des Lebens der großen Familie Gottes ist die alle eins sind in dem einen Wahn Gott da braucht es kein Gesetz denn diese Liebe ist im Herzen geschrieben und manifestiert sich automatisch in Taten und Werken Früchten der Nächsten Liebe gegenüber allen Geschöpfen und nicht nur gegenüber einigen und ja nur weil man durch die Werke seinen Glauben sozusagen beweist in dem Sinne oder vervollkommnet heißt das noch lange nicht dass der Glauben nichts ist denn diese Werke entstehen aus dem Glauben und das ist der Punkt den die meisten Menschen leider nicht verstehen dass ein Glaube nichts ist und tot ist solange er nicht die entsprechenden Taten Werke Früchte wie man es auch immer nennen möchte mit sich bringt so dann haben wir noch Römer Kapitel 2 11 bis 16 auch hier heißt es durch Paulus alle die ohne Gesetz gesündigt haben werden auch ohne Gesetz verloren gehen und alle die unter dem Gesetz gesündigt haben werden durch das Gesetz verurteilt werden also quasi alle alle ob nun mit oder ohne Gesetz sind von vornherein verdammt denn er sagt hier denn vor Gott sind nicht gerecht die das Gesetz hören sondern die das Gesetz tun werden gerecht sein sagt er jetzt sogar selber das ist ja das Paradox an Paulus er spricht diese Dinge selbst an aber aber entkräftet sie im selben Moment auch wieder er sagt einerseits man kann nur durch man wird durch Glaube allein gerettet aber andererseits sagt er dann wieder solche widersprüchlichen Dinge und sagt dann die das Gesetz hören nicht die sind gerecht sondern die das Gesetz tun also was ist jetzt nun richtig bin ich jetzt allein durch Glauben gerechnet gerechtfertigt und gerettet oder nur dann wenn ich meinen Glauben durch meine Werke zeige und vervollkomme das ist das Ding bei Paulus halt auch er sagt man soll nicht haben einen Tisch der Dämonen sitzen man kann auch nicht gleichzeitig am Tisch Gottes oder am Tisch der Dämonen sitzen und man soll auch nicht am Tisch der Dämonen sitzen aber andererseits sagt er dann dass man ohne weitere Gewissensbisse und ohne weiter nachzuforschen kann man alles essen was auf dem Fleischmarkt angeboten wird und sogar Götzenfleisch kann man essen das ist wie gesagt das ist zu sagen ja in einem Satz zu sagen Tag der Tag ist die Nacht und die Nacht ist der Tag also wem das nicht auffällt da weiß ich auch nicht was man da noch diesen Menschen sagen soll ja weiter heißt es hier denn wenn Heiden die das Gesetz nicht haben doch von Natur aus tun was das Gesetz fordert so sind sie obwohl sie das Gesetz nicht haben sich selbst gesetzt sie beweisen damit dass das Gesetzeswerk in ihr Herz geschrieben ist ihr Wissen bezeugt es ihnen dazu auch die Gedanken die einander anklagen oder auch entschuldigen an dem Tag an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richtet wie es mein Evangelium bezeugt er sagt auch hier mein Evangelium sagt er ganz bewusst denn es ist sein Evangelium und nicht das Evangelium von Jeschua oder das seiner zwölf wahren Apostel ja dann haben wir noch Lukas 6 Vers 46 bis 49 da sagt Jeschua hier nochmal das ist jetzt die Gegenseite dazu gegenüber dem was Paulus sagt auch hier sagt Jeschua nochmal was nennt ihr mich aber herher wenn ihr nicht tut was ich sage jeder der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut gleich einem Menschen der ein Haus baute grub und vertiefte den Grund auf den Felsen grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte als aber eine Flut kam stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern weil es gut gebaut war der aber gehört hat und nicht getan hat ist einem Menschen gleich der ein Haus auf die Erde baute und ohne Grundmauer der Strom stieß daran und sogleich viel ist und der Sturz jenes Hauses war groß ja auch hier sagt die Schuhe das wieder eindeutig wer nicht das tut was er sagt der gleicht einem törichten Menschen dessen Haus was meint er mit dem Haus da meint er natürlich wieder den Menschen an sich den menschlichen Körper und auch die Seele die diesen Körper behaust diese werden beide zugrunde gehen wenn sie nicht auf dem Fels auf dem Fundament welches das heilige Gesetz ist gebaut sind auch das spricht wieder mal zu 100% dafür Täter des Gesetzes zu sein und auch nur Täter des Gesetzes nämlich des Gesetzes der Liebe zu aller Schöpfung nur diese haben ihr Haus auf einem guten und festen Fundament gebaut nämlich auf ihm selbst Jeschua der das Gesetz ist und auch diese deren Haus und deren Seele werden nicht zugrunde gehen am Tag des Gerichts so auch das hatten wir eben schon mal gelesen wo Jeschua sagt nicht jeder der zu ihm sagt Herr Herr wird in das Reich der Himmel kommen sondern wer den Willen seines Vaters tut und nicht wer an irgendwas glaubt sondern wer es auch tut so hier nochmal Matthäus 25 auch eine absolut wichtige und eine Stelle aus der man sehr sehr viel schlussfolgern kann und hier lesen wir wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden wie ein Hürde die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner rechten stellen und die Böcke zu seiner linken da wird dann der König sagen zu denen zu seiner rechten kommt her ihr gesegnete meines Vaters er erbt das reich das Dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen und der König wird antworten und zu ihnen sagen wahrlich ich sage euch was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern das habt ihr mir getan ja und diese Stelle beweist erstens nochmal dass wir allein nach dem gerichtet werden was wir getan haben beziehungsweise nicht getan haben und dass der Glaube dabei erstmal ja nur indirekt eine Rolle spielt ansonsten überhaupt gar keine Rolle außer die Rolle dass die Taten aus dem Glauben entspringen natürlich somit der Glaube ja die Ursache dieser Taten ist und auch die Quelle und der Ursprung sag ich jetzt mal dieser Taten ist aber wir werden alleine nach unseren Taten der Liebe und der Nächsten Liebe gerichtet werden und das ist auch wie ich schon viel mal gesagt habe in meinen Videos ein absoluter Beweis dafür dass es von Anfang an nur dieses eine Gesetz der Liebe zur gesamten Schöpfung gegeben hat denn alle Menschen die jemals gelebt haben werden nach diesem einen Grundsatz diesem einen Kriterium gerichtet werden nämlich nach den Taten der Nächstenliebe die wir auch nur den geringsten seiner Brüder und Schwestern getan haben und und geringeren Mitbrüder und Mitschwestern der großen Familie Gottes das sind alle Tiere alle Geschöpfe Gottes gehören zu dieser großen Familie und nicht nur die Menschen und das ist das einzige Kriterium nachdem alle Menschen die jemals gelebt haben gerichtet und beurteilt werden und somit verdammen sich die Menschen selbst oder sie retten sich selbst durch das was sie tun so und dann nochmal aus Jakobus Kapitel 1 auch hier sagt Jakobus seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer die sich selbst betrügen wer also das Gesetz hört und es aber nicht tut der betrügt sich selbst auch hier muss man sich nochmal vor Augen führen dass welches Gesetz hier gemeint ist von welchem Gesetz hier die Rede ist nämlich das ist das Gesetz der Liebe zu aller Schöpfung nämlich das ist auch der innere Christus in uns welches unsere wahre Natur ist die göttliche Liebe das ist unsere wahre Natur das ist auch in den Essener Schriftrollen und Essener Meditation unsere Natur ist Liebe und diese Natur wird uns durch den Satan vorenthalten und auch durch unser Niederes Selbst vorenthalten und das ist der Grund warum wir durch Wasser und Geist wiedergeboren werden müssen damit wir unsere wahre Natur erkennen und und verwirklichen manifestieren und wer das heilige Gesetz hört der Liebe zu aller Schöpfung und ist aber wieder verwirft und nicht ein Täter dieses Gesetzes wird der gleicht einem Mann der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet denn er hat sich selbst betrachtet und ist weg gegangen und hat sogleich vergessen wie er beschaffen war der hat seine wahre Natur zwar gesehen kurz dadurch dass er von diesem Gesetz gehört hat hat er sein wahres Spiegelbild gesehen seine wahre Natur seine wahre Identität in Christus und hat diese dann aber wenn er nicht ein Täter des Gesetzes wird dort verschmäht und verworfen und somit halt ja seine wahre Beschaffenheit verworfen das Brot des Lebens verworfen das ewige Leben verworfen wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist in dem er nicht ein vergesslicher Hörer sondern ein Täter des Werkes ist der wird in seinem Tun glückselig sein ja das vollkommene Gesetz der Freiheit ist natürlich das Gesetz der Liebe und nicht etwa das Gesetz Mose mit all diesen bestialischen ja in Anführungsstrichen Geboten und Gesetzen natürlich sind da auch ja zum Beispiel die zehn Gebote mit enthalten in dem Gesetz Mose deren Erfüllung die Liebe ist aber ja die Liebe besteht ganz bestimmt nicht darin die eigenen Brüder oder Fremde zu steinigen dafür dass sie zum Beispiel den Sabbat gebrochen haben oder die Ehe gebrochen haben oder Gott gelästert haben und der gleichen oder irgendwelche unschuldigen Kreaturen zu verbrennen zu schlachten und zu opfern und zu essen das ist ganz gewiss keine Liebe und schon gar keine universelle Liebe die göttliche Liebe ja und somit halt nochmal die Frage von Jakobus was nützt es wenn jemand sagt er habe Glauben hat aber keine Werke kann etwa der Glaube ihn retten wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt aber jemand spricht geht hin in Frieden wärmt euch und sättigt euch gibt ihnen aber nicht das für den Leib notwendige was nützt es so ist auch der Glaube wenn er keine Werke hat in sich selbst tot es es wird es wird jemand sagen du hast Glauben und ich habe Werke zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen du glaubst dass nur einer Gott ist du tust recht auch die Dämonen glauben und zittern willst du aber erkennen du eitler Mensch dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist ja wenn man wie gesagt meint man ist jetzt aus Glauben gerettet und müsste keine entsprechenden Taten der Nächstenliebe ja bringen sozusagen oder oder ausüben gleicht im Endeffekt einem Dämonen dann auch selbst die Dämonen glauben aber sie zittern wer glaubt ja der macht nicht mehr als auch die Dämonen tun die glauben auch an Gott aber zittern und wie gesagt die Werke an ihren Früchten werden wir sie erkennen hat Jeschua gesagt und ein guter Baum wird gute Früchte bringen und ein jeder Baum der keine guten Früchte bringt der wird abgehauen und ins Feuer geworfen ich weiß nicht was man daran noch missverstehen kann so jetzt nochmal zu einer weiteren wichtigen Frage ja wenn dieses Blutopfer am Kreuz von Jeschua nicht notwendig war zur Erlösung der Menschen oder eines jeden Menschen im Einzelnen wozu ist er dann im Fleisch auf die Erde gekommen und am Kreuz gestorben und auch darauf geben die Essener Evangelien die authentischen Evangelien eine mehr als überzeugende und nachvollziehbare und einleuchtende Antwort die das Gesamtbild nur nochmal unterstreichen und bekräftigen und ja das möchte ich euch jetzt nochmal eben zeigen und sagen denn ich sage euch lesen wir hier zu diesem Zweck bin ich in die Welt gekommen sagt Jeschua dass ich abschaffe alle Blutopfer und das Essen von Fleisch aber die Menschen sind böse und freuen sich über ihr Übel und ändern sich nicht denn stark ist die Macht des Bösen und viele folgen ihr sage also den sanftmütigen der Erde dass sie die Wahrheit erfahren können am 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 anfang gab Gott allen die Früchte der Bäume und die Samen und die Kräuter zum Essen ja jedem Mensch und jedem Tier aber diejenigen die sich selbst oder ihre Mitmenschen mehr als den wahren Gott liebten verdarben ihre Wege und erfüllten die Erde mit Lust und Gewalt und ja das heilige Gesetz haben sie tatsächlich verdorben um ihren eigenen bösen Wegen nachzugehen ja und auch das lesen wir gleich noch dass eigentlich das ja das heilige die heilige Eucharistie das Brotbrechen und das ungesäuerte Brot und der Traubensaft das ist ja das Denkmal was Mose den den Kindern die aus oder den ja den Vätern wie man auch sagen will die aus Ägyptenland geflüchtet sind dass er ihnen gegeben hat nur sie haben ja sie waren böse sozusagen und haben dort diese Dinge entheiligt und dort dieses Blutopfer ähm Priestertum eingeführt und den Menschen dann fortan als ja Priestertum Gottes Gebote und Gesetze Gottes verkauft so dann haben wir noch mal eine weitere Aussage von Jeschua hier denkt nicht dass ich gekommen bin um das heilige Gesetz oder die Propheten abzuschaffen oder sie durch Neues zu ersetzen nein ich komme um das Gesetz auszulegen und die Macht des Gesetzes zu demonstrieren denn das Gesetz beurteilt den aufrichtigen und den falschen Menschen gerecht und in der Weise und in der Weisheit von allem was heilig und rein ist und es trennt durch alle Barmherzigkeit Liebe und Kraft und durch die Gnade Gottes das Gute vom Bösen damit der Mensch das Gute vom Bösen wählen und das Rechte vom Falschen erkennen kann da er frei ist und mit freiem Willen zwischen Gott oder Satan wählen kann Ja und das ist auch eine sehr wichtige Sache bevor man erstmal zwischen zwei Dingen wählen kann muss man diese zwei Dinge auch erstmal ganz eindeutig und haarscharf voneinander unterscheiden können und deswegen ist Jeschua auch gekommen um uns den wahren Gott zu zeigen und auch den Satan zu zeigen was vom Satan ist was vom wahren Gott ist und ja damit der Mensch dann zwischen beiden wählen kann und auch vor allen Dingen erstmal beide voneinander unterscheiden kann denn so wie es in der Bibel auch geschrieben steht so führt es zwangsläufig dazu dass man den Satan und den wahren Gott miteinander vermischt und man kann nicht zwei Herren dienen und somit wird man automatisch dort dem Satan dienen wenn man alles dort in der Bibel ja wenn man glaubt dass alles dort aus der einen göttlichen Quelle stammt dann ist es zwangsläufig der Fall dass man Lüge und Wahrheit ja Licht und Finsternis gut und böse miteinander vermischt so hier nochmal ein weiteres Zitat aus dem Messianium Gospel of Christ auch hier sagt die Schwur denn ich komme um alle Opfer und alles Blutvergießen zu beenden und euch zu sagen wenn ihr nicht aufhört Fleisch und Blut zu opfern und zu essen wird der Zorn Gottes nicht aufhören über euch zu kommen wie er über eure Väter in der Wüste gekommen ist die unter Mose nach Fleisch lüsteten mit dem sie sich vollstopften und von Fäulnis erfüllt waren und von der Seuche verzerrt wurden wegen ihres bösen Verlangens denn ich sage euch selbst wenn ihr an meiner Brust versammelt seid aber haltet nicht alle meine Gebote so werde ich euch davonstoßen wenn ihr die kleineren Offenbarungen nicht bewahrt wer wird euch dann die größeren geben denn seit undenklichen Zeiten hat Gott zu keinem Zeitpunkt Tier oder Menschenopfer gefordert denn sonst würde er ja seinem eigenen heiligen Gesetz nicht gerecht werden noch hat Gott dem Menschen oder dem Tier gestattet sich gegenseitig zu essen denn sonst wäre er ja seiner eigenen Liebe unkundig wie also könnte man nach dem Gesetz der humanen Liebe Fleisch essen und Blutopfer darbringen ihr kennt nicht den wahren Gott sondern betet den perversen Gott eurer Welt an nämlich den Satan den Vater des Schwertes und des Blutvergießens durch ihn allein ist der Tod in die Welt gekommen und der Tod breitete sich auf alles aus denn alle Dinge wurden zu Sklaven des Vaters der Lüge aber ich bin gekommen um den Völkern mein heiliges Gesetz zurückzugeben damit sie den einzig wahren Gott der Liebe und der Barmherzigkeit kennenlernen ja wie gesagt durch das heilige Gesetz wurde erst einmal klipp und klar halt der Satan von Gott unterschieden und es hat den Menschen den Weg gezeigt zum ewigen Leben denn dies war das Brot des Lebens von dem wenn man davon ist man ewig leben wird ohne das heilige Gesetz in seinem Herzen zu tragen wird niemand ins Reich der Himmel kommen auch ein weiteres Zitat aus dem Ersinium im Gospel of Christ Jeschua sagt hier so sage ich euch fürchtet euch nicht vor den Dingen die eure Augen in Bezug auf meinen Körper sehen werden denn es ist mein Wille dass ich meinen Körper niederlege und nicht der Wille eines Menschen ja ich komme aus dem Himmel mit Kraft und Herrlichkeit des Vater Mutter der mich gesandt hat ich gehe von der Erde nicht wie die Tempelopfer von tierischem Fleisch deren Blut die Sünden der Menschen nicht wegwaschen kann noch die Brandopfer das Böse in ihnen ich lege meinen Körper nieder um die Liebe des Gesetzes zu verteidigen denn es steht nichts über der Liebe meines Gesetzes und nichts ist größer als ein Leben für einen Bruder niederzulegen so will ich meine Liebe zum Gesetz der Welt offenbaren damit die Menschen wissen sollen dass sie das Gesetz der Liebe missbraucht haben und große Sünden gegen die Schöpfung des ewigen Geistes begangen haben ja ich bin der perfekte Hürte denn der perfekte Hürte füttert seine Herde er sammelt seine Lämmer an seiner Brust und führt sie sanft ja der perfekte Hürte gibt sogar sein Leben für die Sicherheit der Schafe ja die Schafe folgen ihm freiwillig denn sie kennen seine Stimme denn einem Fremden folgen sie nicht sondern werden vor ihm fliehen denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie sind wahrlich meine Gefährten und halten mein Gesetz und ich gebe ihnen das ewige Leben denn sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie aus meiner Herde herausreißen denn meine Eltern die sie mir gegeben haben sind größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meiner Eltern ziehen ja dieser Absatz ja bringt es perfekt auf den Punkt worin Jeschuhas Opfer am Kreuz bestand nämlich dieses ja Zeugnis aus dem Motiv reinster göttlicher Liebe aus diesem Motiv sein eigenes Leben niederzulegen damit den Menschen offenbar wird dass sie sich ja gegenüber dem Gesetz der Liebe und ja gegen die Schöpfung des ewigen Geistes versündigt haben und darüber dann zur Erkenntnis ihrer Sünden kommen und somit dann halt auch zur aufrichtigen Reue Buße und Umkehr worin dann wie gesagt die einzige der einzige Weg zur Vergebung der Sünden auch liegt das ist sein Werk das er verbracht hat und das ist auch das was die Menschen zu ihm und auch zu Gott führt nämlich dieses ein die ja dieses unglaubliche Zeugnis der Liebe dass er der keine Sünde begangen hat und der ja dem sie keiner Schuld überführen konnten dass dieser sein Leben aus freien Stücken niedergelegt hat als ein Zeugnis ja wahrer göttlicher Liebe und dieses Zeugnis ist es was die Menschen wie gesagt zu ihm führt und auch was bei den Menschen das Herz öffnet das Herz enthärtet und das Herz öffnet für Gott und seine Liebe ja nur ist es bei vielen dann so dass sie dann ja zur Bibel greifen und dann auf halbem Wege stehen bleiben und nicht erkennen was die wahre Liebe Gottes ist und dass sie sich auf alle seine Geschöpfe ausbreitet und erstreckt und er hat seinen Geschöpfen nicht umsonst diese Fähigkeit gegeben Liebe zu spüren Schmerzen zu spüren und ja dass sie sich auch der Liebe erfreuen können denn das ist der Wille des himmlischen Vaters dass alle seine Geschöpfe diese göttliche Liebe erfahren können wir durch den inneren Christus in uns und auch die Tiere letztendlich durch uns selbst denn die Tiere sind unsere Gefährten und Mitbrüder und Mitschwestern in der großen Familie des Lebens ja und somit war dieses Opfer in dem Sinne nur notwendig dass es dafür notwendig war damit die Menschen halt die Liebe Gottes erkennen und ihre eigene ja eigenen Sünden gegenüber dieser Liebe gegenüber dem heiligen Gesetz erkennen darin besteht die einzige wenn überhaupt Notwendigkeit in seinem Opfer am Kreuz die um die Hartherzigkeit der Menschen durch diese ja bedingungslose göttliche Liebe zu ja zum Schmelzen zu bringen kann man sagen zu enthärten damit sie endlich erkennen was wahre Liebe ist so und hier noch ein weiteres Zitat das was ich eben schon angesprochen habe und Jeschua sagte ich freue mich sehr dieses Liebesfest mit euch zu teilen bevor ich meinen Weg gehe denn hier wird heute das Denkmal an mein Opfer für den Dienst und die Erlösung aller Menschen eingeführt denn der Wert meines Aufenthaltes auf der Erde zur Erlösung war groß viel größer als euch zu dieser Stunde bewusst ist ja ich sage euch viele wurden wieder zum ewigen Allvater zurückgeführt und noch viele mehr sollen es werden denn der Menschensohn ist für alle Geschöpfe jeder Natur in die Welt gekommen um alle wieder zurück zu ihrer ursprünglichen Wurzel zu bringen so soll dieser Missstand geheilt und alles wieder mit den Alleltern eins werden doch seht diesen Tag der Juden vor dem heidnischen Passerritual bei dem sie die unschuldigen Geschöpfe Gottes opfern und das Fleisch toter Tiere essen solche sind blind und sehen nicht die heiligen Dinge Gottes denn die Wahrheit ist nicht in ihnen es wäre besser wenn solche Menschen niemals in die Welt gekommen wären damit sie die heiligen Gottes nicht verderben aber siehe das wahre Opfer ja das reine Opfer das heute vor euch gestellt wurde das war das Denkmal das Mose den Söhnen Israels die aus Ägypten kamen gab aber sie erwiesen sich als Söhne des Ungehorsams und übertraten meine Gebote sie entweiten das reine Opfer und opferten Dämonen und begehrten nach viel Fleisch und bösen Dingen das ist das was ich eben meinte dass auch Mose dieses eine ewige Priestertum gegeben wurde nämlich das ja des ungesäuerten Brotes und des Traubensaftes die Bedeutung auch die geistige Bedeutung dieser Eucharistie sozusagen ist dann dass wie gesagt der fleischliche Geist des Menschen das niedere Selbst ja durch das höhere Selbst nämlich durch die geistige Wiedergeburt dann ersetzt wird und der Mensch beginnt geistig zu leben und ja sich nicht mehr über materielle Dinge definiert und über das Außen definiert sondern über seine innere wahre Natur und nämlich den inneren jedem Menschen innewohnenden Christus unsere wahre Natur unsere ja unsere wahre Identität ja und auch Abraham beziehungsweise ja auch Abraham kannte das ja schon dieses ewige Priestertum da heißt es ja auch dass nach der Art des Melchizedek und alle Vorväter biblischen Vorväter kannten natürlich das wahre reine Opfer und das wurde durch die ja die Söhne Israels sozusagen die nach Moses dann nach Moses Ableben sozusagen dann diese Dinge zum Gesetz gemacht haben die nur um ihre eigenen fleischlichen und bösen Gelüste dort zu befriedigen und damit Dämonen geopfert haben und das reine Opfer entweint entweiht haben ja und somit Gott den Rücken zugekehrt haben und sich dem Satan ja zu seinem rechtmäßigen Samen gemacht haben so und hier nochmal eine Schlussfolgerung wer also die Erlösung durch den Sühnetod und das Blutopfer Jesu am Kreuz annimmt und predigt folgt nutzlosen Lügen und Gotteslästerung und verrät alles wofür Jesus jemals gelebt gepredigt gelitten und sein Leben niedergelegt hat und verwirft das Brot des Lebens das mag vielleicht für den einen oder anderen hart klingen aber ja das ist nichts als die Wahrheit und und sollte man die Frage stellen die ich schon am Anfang gestellt habe wem möchtet ihr dienen wem möchtet ihr folgen möchtet ihr dem wahren christus folgen seinem wahren heiligen gesetzt das der einzige weg ist zum ewigen leben das einzige Brot des Lebens ist oder möchtet ihr weiter diesen nutzlosen Menschen und ja Teufels geboten und diesem falschen evangelium folgen diesem falschen christus folgen den niemanden retten kann ja wer da auch nur zweimal überlegen muss ja der tut mir leid so und jetzt nochmal einmal zum Abschluss das Zitat aus dem Philippus Evangelium was nochmal zeigt wie ein jeder Mensch gerettet wird gerettet die einzige Weg der Rettung ist auch den Weg zu gehen den Jeschua gegangen ist jetzt nicht unbedingt dass er sich jetzt kreuzigen lassen muss das meine ich damit nicht sondern das wird jetzt damit klar werden was ich damit meine und zwar lesen wir hier etliche sagen der Herr ist zuerst gestorben und dann auferstanden aber sie irren denn er ist zuerst auferstanden und dann gestorben wenn jemand nicht zuerst die auferstehung erwirbt kann er nicht sterben nur wenn Gott in ihm lebt kann er sterben nämlich dem alten wesen nach jeder wird doch ein kostbares gut in einem kostbaren behälter aufbewahren trotzdem trotzdem gab es immer wieder Menschen die ungeheure schätze in behälter stecken die keinen heller wert waren so ist es auch mit der seele sie ist ein großer schatz aber sie ist in einem wertlosen leib geraten einige fürchten sich davor nackt aufzuerstehen deshalb legen sie wert auf die leere dass sie im fleisch auferstehen würden sie wissen nicht dass eben die jenigen die im fleisch leben nämlich im vergänglichen fleisch was ja der unterschied ist zwischen dem vergänglichen fleisch und dem wahren fleisch wird hier gleich noch erwähnt das ist nämlich dann dass der Tempel wo Jeschua sagt dass er in herrlicheren Tempel als den den die pharisiens schriftgelehrten zerstören wollten nämlich seinen vergänglichen körper aus fleisch und blut ja dass diejenigen die im vergänglichen fleisch leben die nackten sind während diejenigen die sich ihres fleisches entäußern und sich entkleiden die nicht nackten sind denn fleisch und blut können das reich gottes nicht erben um welches fleisch handelt es sich denn hier das nicht erben kann um das fleisch das von dem wir jetzt umhüllt sind welches fleisch aber wird erben das fleisch jesu und sein blut deshalb sagt er wer nicht mein fleisch ist und mein blut trinkt hat kein leben in sich was ist unter diesem fleisch und blut zu verstehen sein fleisch ist das Wort der logos das heilige Gesetz und sein blut ist und der ist bekleidet ich tadele aber auch die die anderen die sagen das fleisch wird nicht auferstehen beide sind im unrecht wenn du sagst das fleisch wird nicht auferstehen so sage mir doch was deiner meinung nach auferstehen wird damit wir dir beipflichten können wenn du sagst der geist im fleisch wird auferstehen oder auch dieses licht im fleisch wird auferstehen so handelt es sich beim geist und beim licht doch um etwas das im fleisch ist und was immer du anführen wolltest es gibt nichts das ohne fleisch sein könnte es ist also gar nicht anders möglich als im fleisch aufzuerstehen da doch alles im fleisch ist in dieser welt sind die 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 leider anziehen wertvoller als die kleider im himmelreich sind jedoch die kleider wertvoller als die die sie angezogen haben sprich die seele wie eben schon gesagt wurde ist wertvoller als der minderwertige körper in den sie gesteckt wurde sozusagen und die seele die dann aber das unvergängliche fleisch erben wird ist sozusagen minderwertiger als dieser unvergängliche körper es sind nämlich Wasser und Feuer das Fleisch und das Blut Jesu sprich das lebendige Wasser das heilige Gesetz die flüssige Nahrung und das Blut Jesu ist wie eben schon gelesen der heilige Geist durch die das ganze Universum rein geworden ist und dadurch dass der heilige Logos und der heilige Geist in dem Menschen eins wieder werden das Mann und Frau wieder eins werden männlich und weiblich eins sind sprich wie gesagt das das heilige Gesetz und die göttliche Liebe in den Menschen wieder eins werden und weiter heißt es hier mein Gott warum o Herr hast du mich verlassen es war am Kreuz als er diese Worte sprach denn dort trennte er sich von dem oberen Ort er der gezeugt wurde aus dem Heiligen Geist durch Gott er er stand von den Toten auf er wurde wieder wie er gewesen war aber jetzt war sein Leib vollkommen er ist wieder im Fleisch aber dieses Fleisch ist wahrhaftiges Fleisch unser Fleisch hingegen ist kein wahrhaftiges Fleisch sondern nur ein Abbild des wahrhaftigen Jesus offenbarte sich am Jordan die Fülle der Fülle des Himmelreichs offenbarte sich er der vor der Entstehung der Welt geboren war wurde von neuem geboren der schon gesalbte wurde wieder gesalbt der schon erlöste erlöste nun andere ein Geheimnis sei enthüllt an diesem Tag vereinigte sich der Vater des Alls mit der Jungfrau nämlich dem Heiligen Geist die herabkam und ein Schöpfungsstrahl leuchtete auf in Form der Taube kam der Heilige Geist auf ihn herab Jesus offenbarte sich im großen kosmischen Brautgemach denn an diesem Tag entstand sein Licht Leib sein Licht Körper er ging aus dem Brautgemach hervor er wurde von Bräutigam und Braut erzeugt und so erzeugte Jesus das All in sich durch diese beiden so muss auch jeder seiner Jünger in seine Ruhe eingehen Ja das ist die wahre Wiedergeburt die kann man nur in diesem ja in diesem vergänglichen Fleisch dort ja muss man sie während dieses Lebens in diesem vergänglichen Fleisch muss man muss diese Wiedergeburt stattfinden durch den Heiligen Logos und den Heiligen Geist durch das Heilige Gesetz und die göttliche Liebe diese beiden müssen sich im kosmischen Brautgemach im himmlischen Brautgemach vereinen und das ist dann sozusagen ja das ist der Moment wo der Mensch das ewige Leben dort erlangt hat und wo er aufgestanden ist auferstanden ist sozusagen während er noch in dieser vergänglichen Hölle ist und nicht erst danach das ist der Weg zur Erlösung er ist das heilige Gesetz den Logos aufzunehmen und es durch den Heiligen Geist durch die göttliche Liebe zu erfüllen und die Jungfrau von der hier die Rede ist ist hier die reine also in Jeschuas Fall die reine jungfräuliche Seele denn seine Seele musste nicht gereinigt werden sie war von Anfang an rein und unsere Seele aber die wir selbst verunreinigt haben entheiligt haben muss wieder gereinigt werden durch diese Buße und Umkehr und muss wieder in den jungfräulichen Zustand versetzt werden damit sie sich mit dem lebensspendenden Heiligen Geist zum ewigen Leben wieder vereinen kann und deswegen ist wie gesagt dort der Weg der Erkenntnis der Sünde der Reue der Buße und der Umkehr einfach unumgänglich und auch das Heilige Gesetz ist unumgänglich und auch der Heilige Geist ist unumgänglich denn nur durch den Heiligen Geist die göttliche Liebe können wir dieses Heilige Gesetz erfüllen ja somit sind wir jetzt am Ende dieses Videos angekommen und ja ich hoffe auch dieses Video war wieder ein Segen für euch und ja ich hoffe ihr entscheidet euch dafür nicht irgendwelchen nutzlosen Menschen geboten der Kirche und der Teufel zu folgen und damit ja das Brot des Lebens zu verwerfen das ewige Leben zu verwerfen den wahren Christus und den wahren Gott zu verwerfen sondern dass ihr euer Herz gegenüber dem heiligen Gesetz der Liebe zu aller Schöpfung öffnet um dann halt auch den heiligen Geist zu empfangen und dann das Gesetz ja durch den durch die göttliche Liebe immer versucht zu sein es zu erfüllen in diesem Sinne danke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video Friede sei mit euch